insoweit an also also nachdem wenn ich ein paar was hallo leute und herzlich willkommen zu einen neuen Projekt mit mir und Bello live hier bin ich bei das Hunting aber ich hab schon begonnen und ich bin halt ein ganz großer Wolf ich wurde gehackt von also da waren halt solche Schweine an der Gumbawelt und dann hab ich einfach angegriffen und schon leicht groß ja wie ihr seht sind wir Gigagos die sind gigantisch wir müssen uns jetzt hier zurecht finden Bello komm du zu mir Bello hab ich halt Snowsy dann kannst du einfach kahlen hey wo bist du hast du gekalt ja hab gekalt hey Leute wir gehen jetzt in die Wild Guardian wo ich ganz viel von dort sind schaut mal einfach mal hier seht ihr das hacken ich kann hier um endlich mal rauftippen Leute die wurde doch nie so gehackt ok und Bello kann das gleiche machen weil hier steht Infinitum genau bist du das ja Bello das bist du ok hier waren komm mit boah der ist schnell also hier waren solche Schweine ich hab sie angegriffen schwache schwache Leistungen lauf ich laufe ich laufe ooooh diese Musik ist ich hab mich hingeguckt leider schwache Musik ok Leute ich muss mich noch ein bisschen aufleveln Bello ich level mich ein bisschen auf auf der Aufnahme geht es schneller irgendwie das Spiel heißt der Wolf online also ich hab das halt eingegeben der Leute vielleicht irgendwie der Wolf Simulator online oder irgendwas mit Wolf ich sehe doch was die Wolfe sind oder ist das zu schief ja ich glaub auch dass es schief ist hier hinten ist ein Boss seht ihr den boah wie schnell ist er ey ja Level 5 geil lass mich jetzt mal alles 100 machen ok Bello 200 bin gleich fertig Leute bist du tot? bin ich tot? pass auf mich auf 50 60 70 80 80 90 100 ja man jetzt so ok glaube ich so wie ist es nicht immer noch so lahm what the heck ich jogge du 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 bist so gechillt schnell und er hat gerade wen getötet glaube ich er hat halt nicht das ähm hier stehen sondern er hat halt infiniti stehen denn er hat einen großen Wolf getötet und ähm ich hab halt diesen Pilz genommen warte alguma warte 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 ู่ wo bist du warum sind es immerside Pel으로 ich habe mich berichten wie es lieber leute ich weiß nicht wann es abgestützt ist und ich hoffe es ist nicht ganz zeit abgestürzt sie dem video und warum sind alle einfach so groß ist doch urschwer zu werden ich kann das vielleicht mal bei wildköft machen jetzt töten wir was ein bär auch der sich in den nächsten vorschlag als töten wenn wir es bei uns irgendwer ist bei uns ist das nicht rundherum ja ich esse jetzt irgendwie mit mir schaden genommen ein löwe hey lol was bälle entdeckt hat wo ist der fliegende löwe da ist er tötenbeam wo bist du bei uns ist ja ein schwein alter bemerkst du dich dass über uns ein fliegende löwe ist komm geh mal weg hier andere welt vielleicht hackt es wieder 3 2 1 bist du ich auch 3 2 1 in yes snow ist wieder da ok 0 drachen gehen wir leute töten die sind solche winzlinge auf sie auf sie auf sie auf sie ja ok leute ich rede obwohl ich das nicht passiert hey 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 was passiert bei mir ja oh sie wollten mich kill ey lass den kack ey lass den ich muss laufen anderen server hier wird zu viel gekackt oh was ist da schon mal links unten tipp links unten ok ok was passiert hier ich hab mich tot golems ich weiß dass ich irgendwie so bin aber was macht die ja lauf schon da rein wonderful ey warte stopp sind wir im gleichen server ja keine frage habe ich nur wie stark ist der oh wir sind unserer seite schau selber chillig ach mir ist lahm jetzt hier leute leute ich beende den part von heute leckteige zeige ich euch noch komm mit und ich zeige euch noch was alles was die knöpfe heißen also also sorry dass wir nicht so viel gerät hat also ich hab dann so kalt man zum beispiel ich kalle jetzt ähm mein freund ha ha das schaut ein winzling und ähm ja ich hab bock irgendwie auch mit und wenn man nochmal drückt dann steckt man ihn wieder ein und wenn er rot ist das ding dann hat er gekallt aber jetzt gehen wir weg von da ja alter du bist auch schnell komm her wir beenden den part das war's vom video wenn es euch gefallen hat gib mir ein like das war's noch und ich jo das war's wenn es euch gefallen hat kann ich wenn ich so 100 likes in dem video hab dann mach ich vielleicht eine ausrede mit takaru und wildcrafters wir haben es hackt bye bye yes woher den wildcrafter äh äh das ist mit snow wir zeigen euch jetzt ein paar abschnitte wie wir gehackt wurden not luster was ist das und so weiter also also nachdem werden sich ein paar waa waa ok bye alter folgt den man nicht töten kann leute ich lasse noch coolschauen laufen mit ausschnitte bye leute das war's vom video ich bin halt snow und wenn es euch gefallen hat gebt nen like bye dabei wir sehen uns mal